heute bin ich nochmals in esslingen der stadt mit der wunderschönen altstadt und das sehen wir schon im hintergrund wenn wir die älteste fachwerkzeile deutschlands anschauen alle gebäude sind über 600 jahre alt dann wissen wir wir sind in einer altstadt und wir werden uns mit dem gebäude rechts beschäftigen mit dem hellen gebäude da werden sie gleich sehen was da drin ist und jetzt bin ich in diesem gebäude drin und zwar mit dem aufzug nach unten gefahren sie sehen das alte gewölbe ich bin also im keller unten aber sie sehen nicht nur das alte gewölbe sie sehen die fernsehkamera und hier das ganze ambiente sie sehen dass hier ein fernsehstudio eingerichtet ist hier unten in diesem gewölbekeller und neben mir ist der hermann orgeldinger der chef der hier das eingerichtet hat von der orgeldinger media group und ich frage ihn einfach mal so warum habt ihr euer studie in so einen alten keller reingebaut wir haben die agentur mitten in esslingen und der keller war einfach abstellraum und das fand ich schade der keller ist aus dem 15 jahrhundert und da wir fernsehproduktion sind haben gesagt wir legen unser studie herunter und es ist toll wir haben ihn trocken gelegt nicht gemacht und es ist ein ganz tolles studio geworden also in einem alten keller in einem alten haus so etwas einzubauen mit neuem leben zu erfüllen mit neuen geräten mit neuen ideen ist schon fantastisch und ähnlich so ist es doch auch in der religion unsere religion geht auch viele tausend jahre geschichte zurück durch jesus christus neu belebt vor 2000 jahren und wir müssen diese geschichte dieses alte im blick haben aber wir müssen immer wieder neues leben reinbauen wir müssen beleben wir müssen neue gedankengänge auch neue räume schaffen in unserer religion darum kann man das gut miteinander auch vergleichen in einer religion etwas neues einbauen etwas neues verwirklichen und das dann auch gut nutzen um gott letzten endes auch in diese welt hinein zu tragen wie das ja in einer fernsehproduktion auch so ist denken sie doch mal drüber nach ihr katholischer fernsehseelsorger pater alfred tönnis und